Hallöchen, da bin ich dann doch nochmal zurück bei Bussimulator 18, weil ich doof war, weil ich was vergessen habe. Ich habe zwar die ganzen Busse gezeigt, Capacity, Capacity L und Citaro O530, aber ich habe irgendwie festgestellt in den Folgen, aus Versehen einmal den L gekauft und dann nochmal und dann haben wir das zweimal gefahren und dann erst den Citaro O530. Dieser ist natürlich auch ein bisschen kürzer, wie man hier sieht. Aber dann will ich jetzt auch mal den richtigen kaufen, zack. Dann nochmal fahren, eine andere Route mal, ein ZOB vielleicht oder so, wenn nämlich mal eine erstellt. Das ist eigentlich für eine Farbe. Die können wir auch mal nehmen. Aber dann nicht so dunkel vielleicht danach, sondern dann machen wir die nochmal. Ja, komm, passt schon. ZOB zur Zuckerfabrik. Die MPC ist noch ein bisschen runtergestellt. Ich weiß nicht, ob das was bringt oder so. So, jetzt haben wir auch den richtigen Capacity. Und wir starten richtig, ne? Ja, wollen wir uns den nochmal angucken wollen. Damit wir uns auch nicht wundern, dass der mal ein bisschen kürzer ist. Der andere war nämlich natürlich gleich lang wahrscheinlich, ne? Ja, das sieht man hier schon. Also der andere ging auf jeden Fall irgendwo bis hier oder so. Wenn ihr euch vielleicht erinnert. Ist natürlich sehr dunkel irgendwie die Farbe, aber erst mal eine andere. So, den gucken wir uns natürlich mal richtig an. Und da habe ich mich nicht mal gewundert, obwohl der eine irgendwie... hatte hier noch einen Sitz, genau. Hatten aber dann anscheinend beide. Ist mir bei den einen wohl nicht aufgefallen, aber es war ein anderer. Ansonsten sind die halt ziemlich ähnlich. Ich weiß nicht, ob das 11 Large steht oder keine Ahnung. das andere ist noch marginal länger. Keine Ahnung. Ein Meter. So, das können wir lieber mal anmachen. Das war auch hier, glaube ich, bei ihm aus dem Radal. So. Mal voll machen sollen, denn ich will ja was sehen. So, klingt halt auch wieder mal sehr ähnlich. Na, natürlich mit dem Gelenkbus ist es natürlich nicht so leicht, zu fahren. Die Route ist aber ein bisschen komisch. Ich kann es gerade nicht erkennen, so richtig. Hä? Die Route ist hier lang, nehm. Alte Rupf. Das war's Wurt. Da hört man hier noch was. Was? Guten Tag. Wie viele Türen hatte denn? Ich weiß nicht. 4, da geht die in hinten. Und 5 auch auf. Na, der hatte 5. 5. Bitte setzen Sie sich hin, danke. Aber nein, tut es nicht. Ich weiß nicht warum. Habe ich den Herd ausgemacht? Habe ich den Herd ausgemacht? Na, es klappt. Was? Wir müssen hier drüben, ne? Das würde sein, dass es etwas verwirrend ist. Das ist die Bescheidungssache. Blaute Musik hier, ne? Wir fahren hier so ein bisschen auf dieser Ringroute oder Gürtelroute. Kann man so ein bisschen sagen, ne? Wäre auch mal einige. Eigentlich ist der Klinker wieder ausgekriegt. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ah, bitte. Vielleicht gar nicht als Bonus oder so. Eine Rampe? Ah, geht wie mit Z? Der Bus ist toll! Weiß ich mehr. Das muss ja nochmal sein, ne? G, okay. Okay. Das wird schön. Ja, man wird das nicht wieder beschweren? Ah, das noch gleich. Gruyère, Grover, Grandère. Ah, stimmt! Es war Gruyère! Ich brauche Hilfe beim Aussteigen. Okay. Okay, das ging ja nicht. Genau pünktlich. Rampe kommt. Oh, da wir noch ein bisschen Zeit haben, nehmen wir den Müll mit. Macht da sonst nichts zu tun. Ist hier gar keiner mehr drin. Ich wollte gerade kontrollieren. Hallo, hallo, haben Sie alle eine Fahrkarte? Unsichtbaren, Leute? Haben wir noch mal da? Okay. Keine Institution, aber heute ist nicht viel los. Was? Ich kann ein Tempo limitieren. Tja, das war mit Z? Nein. Das ist viel zu heiß draußen. Ja. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Aber leider haben wir da keine Mission mehr. Ich würde mir wünschen, dass neue Missionen kommen, wo man vielleicht ein bisschen backfixes, so dass die Errungenschaften irgendwie auch mal vernünftig sind. Und jetzt, äh, der Flughafen muss immer noch hoch. Wo hab ich, wo hab ich denn? Was? Ach so, hier. Aber so kann ich natürlich nur die Busse zeigen. Jetzt hab ich natürlich, wir haben wir verkackt, deswegen gibt's noch eine Folge extra. Wo hab ich denn... Ah, hier hab ich dann... Und sonst kann ich auch nicht mehr viel zeigen. Ist gut. Ich schau noch einige vielleicht, die den Deutschen nicht so möchtest. Hallo, my friends. Welcome to my channel. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog. Nur um die Stille zu überbrücken. Ja, das passt gerade. Nicht. Sehr pünktlich, danke. Bitte. Man tut, was man kann. Wow, das ist ja ein cooler Bus. Ja, findest du? Was auch cool ist... Ah, wo... Ich hab Ihnen meine Fahr... Wie oft wollen Sie die denn noch... Hab ich Ihnen schon gezeigt? Warum stehen die denn alle so blöd rum? Ihr? Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Was findest du, Fräulein? Wollen Sie noch raus, oder was? Bitte verlassen Sie den Bus. Jetzt sitzt sie, okay? Ich muss auch nicht was wollen, aber wenigstens eine Karte. Ist genug Platz für alle da. Ich muss eigentlich hier rüber. Oh, ich muss eigentlich hier rüber. Oh, das hat er gemeint! Ich würde noch mal zurückfahren, oder so. Ich würde noch mal zurückfahren, oder so... Mal sehen. Vielleicht mache ich ja noch mal irgendwas. Boah, was stinkt denn hier so? Ich kann nichts versprechen. Kann was kommen? Kann aber auch sehr gut sein. Ich wollte ja auch immer nicht so viele Videos machen. Vielleicht kürze ich das mit Form 1 noch ein bisschen. Ich würde lieber ein Form 1 Video am Tag machen. Aber dann würde ich super alles länger werden. Wenn man endlich mal das Rennen sieht. Am Wochenende mache ich das mit meiner normalen Karriere schon. Okay, holen wir uns was zu essen. Das ist noch ein bisschen weit hinten. Da habe ich keine Lust mehr. Oder? Da kommt die Pfanne. Da kommt die Pfanne. Ich bin jetzt mit demnissen. Ich schlage noch. Ich bin jetzt aber ein bisschen schnell gewesen. Ich bin jetzt mit demnissen. Hier Wenn wir nicht hier rumfahren, ist ja rumfassend. Das muss man genau verpacken. Das Wort ist ja gelockt. Ich konnte ausweichen. Secondary, wir fahren aber nicht mehr. Brrr. 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 Ich hab keinen Zug. Brrr. 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 Wann ist es auch immer nicht mehr so strommig oder? Oh nein, jetzt bin ich noch falsch gefahren. Oh nee, ich kenne diese Strecke nicht. Ich mache den Tor. Da vorne hätten wir irgendwas. Hier machen wir mal eine kleine Hexerrunde. Das ist auch ganz zu leicht. Hier, da? Ich weiß es nicht. Oh nein, auch da natürlich. Das erkennt man kaum. Also noch eine Hexerrunde. Und dass du keinen vergessen hast. Der liegt da nicht zu nah dran. Na toll. Ach man, was ist das denn? Der ist bloß nicht mehr gefahren. Echt. Man ist nur gut. Und dann... So ein Sachsen. Genau gucken. Ja toll. Hier verdrinken. Aber dann wird das nicht zugefahren. Zu sehr geknickt. Ich lasse mir ja viel Platz. Easy. wird das nicht alles zonesig gewesen. Ja horror. Immer. Wasll das? Alles eng, aber alles gut. Hier fahrt ein Bus-Garage, aber leider noch ein bisschen diese wilden Unfälle. Keine Überwertung. Na ja, gut. Mal gucken, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen, ob es Updates gibt, gibt es neue Strecken oder DLCs oder einfach mal so oder ein anderer Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt wirklich und bis dahin.